Moin Moin Geertester, heute möchte ich euch die Zeiss Wärmebildkamera DTI-335 vorstellen. Viel Spaß! Die erste Wärmebildkamera von Zeiss ist die DTI-335. Sie kommt in so einer Verpackung und ist eine handgeführte Wärmebildkamera und wie gesagt die erste, die Zeiss herausgebracht hat. Sie sieht folgendermaßen aus. Sie hat auch diese Tropfenform, ist aber ein bisschen anders designt, als man es von anderen Geräten kennt. Sie hat eine DTI-35er manuell fokussierbare Frontlinse und einen 384 x 288 großen Detektor. Es hat also einen relativ kleinen Detektor. Es gibt einige Geräte mit größerem Detektor. Wenn man hier vorne drauf guckt, sieht man verschiedene Knöpfe. Die Knöpfe haben alle eine unterschiedliche Form und Position, sodass man die auch im Dunkeln bedienen kann, ohne genau auf die Knöpfe zu schauen. Wenn man hier vorne drauf drückt, schaltet sich das Gerät ein. Das Gerät hat einen internen Akku, der aber eine enorme Laufzeit hat und zwar von 10,5 Stunden. Ich habe die zweimal gemessen, einmal bei Raumtemperatur, da waren es um die 11 Stunden und einmal bei 2 Grad Außentemperatur, da waren es 10,5 Stunden. Also die Akkulaufzeit ist wirklich gigantisch. Wenn das Gerät hochgefahren ist, leuchtet hier oben dieser kleine LED gelb und man kann direkt durchgucken. Sie ist relativ schnell hochgefahren. Man sieht oben rechts die Akkulaufzeit und man sieht daneben die Grundvergrößerung, also welche Vergrößerung man drin hat. Und links oben sieht man, in welchem Foto- oder Videomodus man ist. Also mit der runden Taste hier einmal kurz gedrückt halten, macht die Kamera ein Foto, hält man die Taste gedrückt, wechselt sie in den Videomodus. Dann hat man oben links ein Videokamera-Symbol. Wenn man dann kurz einmal drauf drückt, startet das Video. Man sieht auch der Zähler, der läuft. Und wenn man dann nochmal kurz drückt, endet das Video, wieder lang drücken, wechselt man in den Fotomodus. Man hat dann hier mit diesen Rechts- und Linkstasten die Möglichkeit rein zu zoomen und anstatt in so Zweier-Schritten zoomt man mit 0,5er-Schritten rein. Das ist natürlich nicht schlecht. Der kleine Detektor ermöglicht natürlich nicht so einen großen Digital-Zoom. Aber um ein wenig mehr zu sehen beim Ansprechen, kann man diese Schritte halt mit halben Schritten, 0,5er-Schritten machen. Die obere Taste öffnet das Menü. Mit einem kurzen Druck ändert man die Farbmodi und mit einem langen Druck kommt man ins Menü. Da kann man erstmal die Helligkeit einstellen, dann kann man den Kontrast einstellen. Man kann Hot-Tracking machen, also dass einem angezeigt wird, wo der wärmste Punkt ist. Dann die Kalibrierung ein- und ausstellen. Man kann Picture-in-Picture einstellen, also dass man oben eine kleine Lupe quasi im Bild hat. Man kann WLAN einstellen und man kann unter Systemeinstellung sich angucken, welche Firmware draufgespielt ist. Da kommen wir auch gleich zu einem weiteren Punkt. Man kann über die Zeiss Hunting-App auf die Kamera zugreifen. Man kann sich da die ganzen gemachten Fotos und Videos angucken. Das ist auch cool. Und zwar, man sieht ein kleines Vorschaubild. Das ist einer der wenigen Kameras, die das leistet. Man kann also genau sehen, wann ist das Bild gemacht worden. Wurde es nach Monaten sortiert und man sieht ein kleines Vorschaubild. Weil sonst musste man einfach random die ganzen Dinger runterladen, um zu gucken, welches ist denn das, was ich jetzt suche. Und die Zeiss Hunting-App ermöglicht ein kleines Vorschaubild. Finde ich ganz cool. Man lädt die Daten erst in die App und von der App dann aufs Telefon oder in einen Messenger. Sie wird über USB-C geladen. Hier unten ist der Anschluss dazu. Und kann auch mit einer Powerbank betrieben werden, falls der Akku mal nicht geladen wurde. Der Deckel ist vorne aus Gummi, hält aber sehr gut. Was man von vielen anderen Kameras nicht behaupten kann. Aber der Deckel ist echt fest drauf. Die anderen Seite ist die Dioptrineinstellung. Und was für mich auch ganz wichtig ist, wenn man länger guckt, die Augenmuschel hier vorne ist wirklich angenehm. Ich war mit der Kamera viel auf Jagd. Ich habe die jetzt mehrere Monate getestet. Und ich muss sagen, sie gefällt mir wirklich sehr gut. Also das Bild ist nicht der Oberhammer. Es ist nicht herausragend. Es ist ein normales Bild. Ich würde mal sagen, für so einen Kyla 35. Spielt auch ungefähr in der Bildklasse. Aber hier ist das Seefeld größer. Die genauen Details schreibe ich euch nochmal in die Beschreibung. Da könnt ihr das nochmal genau vergleichen mit anderen Geräten. Es ist, wie gesagt, sehr geil, dass der Akku so lange hält. Das hat mir sehr gut gefallen. Denn der Riemen wird hier an der Seite angebracht. Dann hängt die Kamera halt auch immer richtig rum. Es kommt in einer sehr schicken Zeiss-üblichen Verpackung. Und wie gesagt, diese Box ist dabei. Da kann man die halt auch mit dem Trageriemen gut drin verstauen und dann in den Jagdrucksack packen. Das hat mir auch gut gefallen. Alles in allem eine Kamera, die sehr verlässlich funktioniert, die ein super Bild leistet, die eine gute App hat. Also die App-Steuerung funktioniert wirklich sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Dann ist sie allerdings nicht ganz billig. Sie liegt irgendwo bei 3.800 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Für welchen Jäger ist jetzt diese Kamera die richtige Wärmebildkamera? Für alle Leute, die einen Ansprechpartner in Deutschland haben wollen. Zeiss steht mit seinem Namen für die Qualität und ist auch in Sachen Service dann der Ansprechpartner. Also in Deutschland könnt ihr dann anrufen, falls es Probleme damit geben sollte oder irgendwelche Fragen. Wie gesagt, es sind auch Firmware-Updates geplant. Vielleicht holt dann die Software noch ein bisschen was raus. Das alles läuft dann in Deutschland, also in Wetzlar, Zeiss. Und da ist natürlich dann auch eine gewisse Qualität hinter, wenn es Probleme geben sollte. Dann für denjenigen, der natürlich Zeiss-Fan ist, ist dann auch die Wärmebildkamera die richtige. Da hat Zeiss sich ein bisschen Gedanken gemacht, die ganze Menüführung und das Design ist natürlich made by Zeiss. Ich blende euch jetzt einige Szenen ein, die ich mit der Zeiss DTI 335 filmen konnte. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch, wie gesagt, nochmal die ganzen Details in der Beschreibung. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich viel weiter Zeit. Ciao. saidde dog час nicht 2 ה bis dahin wünsche ich euch jetzt mal. Sind die Ehre, bis dann was ich hier aufgehörigste. Women, die 옆-rater-armen? Bis dann raus, bis dann raus. Bis dann, bis dann raus. 小時 und viel mega MaurerTh iconic. Bis dann. Bis dann raus. Ära Junte raus. Bis dann raus. Bis dann raus. Bis dann raus. Untertitelung des ZDF, 2020